Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Handel ist gleich für Ihre Stimme. Wir sehen jetzt Walter Kurde mit einem Gewicht von 175 Kilo und einer Stellehöhe von 8. Für den zweiten Versuch halten Sie bitte Tatjana A. von Tatjana Kaiser bereit. Die Handel ist bereit. Die Handel ist bereit. Die Handel ist bereit. Die Handel ist bereit. Wir machen weiter vorher bereit. Wir machen weiter. Wir haben den bereit. Geht da? Warte, sieh uns hier. Wir sind hier rein. Weck! 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 Das ist ein ungültiger Versuch. Weck! Wir sehen das nächste Video-Stemme an. Mit 182,5 Kilo. Als neuer deutscher Rekord-Versuch. Stemme hoch 7. Danach herzlich bitte weiter vor oder bereit. Nein! Wir sind fertig. Wir fahren jetzt auf dem Weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck dich hin. ORA! Der hat ela ist bereit. Dies geht. Dessert. Wir warten jetzt auf. Dessert. 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 Unwürdiger Versuch. Als nächstes sind wir Walter Korda mit einem Gewicht von 190 kg Ständerhöhe ab. Für den dritten Versuch um Wagenzüge heißen sich bitte Tatjana Ars und Bettana Kaisersenreis. Mark Fluchenrat bitte das Gewicht für den dritten Versuch hier abgeben. Ich habe gerade die Hälfte rein. Nein, 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 nein. Aber wenn du was sagst, dann gehst du noch alles. Nein, ja, weil ich war noch so schön. Ja, aber ich war noch so schön. Ich weiß nicht. Das stimmt. Kommst du hinten vor? Ich habe noch die Branche. Ich habe es hier. Und noch mal. Halt! Als nächstes sehen wir Mark Blumenrand mit 1.77,5 Kilo neuer deutscher Rekordversuch, stellen der Höhe ab, die durch Öl am Anschluss bitte bereit halten und danach geht es weiter mit dem Standard für den Versuch. Applaus Ungültiger Versuch. Als nächstes den Weg Südorf-Stemmer mit einem Gewicht von 182,5 Kilo. Neuer deutscher Rekordversuch. Stelle man sieben. Daher sind Stimme und Date für den Stilbenversuch bereit. Mit Dana Kaiser und Martin Marius. Die Handel ist bereit. Stimme und Martin Marius. Stimme und Martin Marius. Stimme und Martin Marius. Das ist bereit. Weiter geht's. ... ... ... ... ... ... Wir sehen als nächstes Walter Korda mit einem Gewicht von 170 kg, Ständerhöhe 8, 60, 4, Andrea Müller und Frau Kraft für den Anruf zu reithalten. ... 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